So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Farmmanager 2018. Ich lass mittlerweile ganz schnell laufen, denn bei mir läuft's immer noch scheiße. Ich hab's nicht geschafft, aus den Schulden rauszukommen. Ich hab zwar aktuell nur minus 5000, aber wenn jetzt der Monatssprung kommt, hab' ich wohl wieder richtig böse Geldsorgen. Egal. Ich hab' jetzt ein bisschen Milch gebunkert, Eier gebunkert, die hoffe ich jetzt zu einem richtig guten Preis verkaufen zu können. Denn dadurch, dass ich nicht geliefert werde, aber... Boah, 9000. Müssen doch die Preise jetzt mega gut sein. Ok, 17er, 8er, 24er, komm. Also die Eier gehen erstmal alle raus. So, Kuhmilch. Sehen wir mal... 2000. Verkauf. Ähm, hier können wir Ernten machen, und zwar... Mädel. Du bist mega in der Ernte. Was ist hier? Bodenqualität. Shit, shit, shit. Minus 6000. Minus 6000. Geerntet Erdbeeren. Jawoll. Gucken wir auf'm Markt. Bitte sagt mir, die sind was wert. Ich hätte ein größeres Erdbeerfeld machen sollen. Mehr Kühe kaufen. Das Haus, das hat mir ins Genick gebrochen. Schafwolle bis zum 15.9., das kann ich ja mal komplett knicken. So ein riesen Dreck. Ich kann nur eins machen. Ich werd' meinen alten Spielstand verladen. Ich komm' hier einfach nicht runter von den Schulden. Wobei, jetzt hab' ich 5000. Ich guck' mal ganz kurz was ich verkaufen kann. Das ist am 11. Komm' ich... ich versuch's nochmal ein Monat. Ahhhh... Dreck, 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 Dreck. Die Erdbeeren dauern jetzt auch wieder 18 Tage. Das heißt, erst nächsten Monat. 23. Was ist hier? Ernte auswählen. Scheiße. Jetzt fängt die wieder an, von Hand zu mähen. Ohhhh... So etwas Dummes. So etwas Dummes. So etwas Dummes. So etwas Dummes. 65 Milch bekommen, komm, 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 wir müssen irgendwie hier aus den Miesen rauskommen. 12 Tage, 8 Tage, 17 Tage, komm, wir bewässern hier nochmal. Nein, bewässern habe ich gesagt, arbeiten. 19, 19, 20 Tage, minus 4000, 1000, Milch, Milch steigt immer noch. 600. 800 nochmal bringen. Ich habe kein Geld. Mist, Mist, Mist. Ich glaube, es hat so keinen Zweck. Ich gucke nochmal, aber... Verkauf. Verkauf. Hühnereier. Alles rein. Verkauf. Milch. Verkauf geht gerade unter... 1200. Null Chance. Oh, oh, oh. Ernte. Nein. Bewässern. Auswählen. Tour. Arbeiten. Hier. Ernte. Kollegen, schnell arbeiten. Vertreibe die Vögel. Okay, wo sind sie denn? Hier, geh weg. Die wollten an meine guten Früchte ran. 28. Dann krieg ich noch mal hier ein bisschen Geld rein. So, verkaufen. Hühnereier. Verkaufen. Hummel. Verkaufen. Oh, shit. 2800. So, jetzt Monatswechsel und ich bin wieder am Arsch, oder? Erdbeeren. Arbeidsamt. Moment. 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 Soll er mindestens einen Arbeiter? Ich kann keinen Arbeiter entstellen. Leute. Hier. Seht ihr nicht, was für eine Katastrophe hier gerade läuft? Minus 7000. Nein. Null Chancen. Ich muss laden. Auto safe. Ich glaube, wir haben hier die 4. Das müsste Ende von Folge 4 gewesen sein. Scheiße. Richtig großer Mist gewesen. Tiere füttern. Die Ordnung der Welt wiederherstellen. Ey, ich passe es nicht. Puh, tut mir leid, dass ihr das jetzt alles sehen musstet. Bla, bla, bla. Ich glaube, ich weiß, was wir machen sollen. Produziere 2 Hühnereier. Das ist ja aber kein Problem. So, aber als erstes kaufen wir hier ein paar Hühner, äh, Kühe. Wir machen auf Pause Betreuer die Fähigkeit. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken in meiner Liste von Mitarbeitern. Eins, eins. Ah, wenn ich jemanden anstelle. Permanent. Ah, Gott, ja. Konrad, echt. Arbeiten Zeit. Hier lassen wir ein paar Mal den Besamer kommen und dann muss das laufen. Lüne Eier. Fett. Wir lassen laufen. Bis 1500. Komm. 14 Tage. Fett. Jetzt gucken wir mal, wenn wir was verkaufen. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Die Milch ist schlecht geworden, oder? Das kann nicht sein. Produziere Hühnereier. Ja, toll. Dafür ist Milch schlecht geworden. Äh, anzeigen. Äh, anzeigen. Ich muss mal rufen. Verkauf. Grüne Eier. Grüne Eier. Verkauf. Milch. Komm, los. Ich möchte bitte Milchlieferungen haben. Hier kommt er. Und, und, und. Milch. Milch, Milch, Milch. Probe, bis zu kaufen. Verkauf. Verkauf. Milch. Verkauf. Verkauf. Okay. Schön, ordentlich Kühe. Wir haben 16 Hühner. Können sich die Kühe auch noch vermehren. Anzeigen. Ofen. 16. Mal gucken, wie viele aus den 16 jetzt werden. So. Jetzt müssen wir hier erstmal kultivieren. Du und du. Arbeiten. Hier müsste befeuchtet werden. Keine Leute. Und hier. Sind die alle beschäftigt gerade. Shit. Die haut immer noch hier wie blöd auf der Wiese rum. 80 Liter Milch. Komm. Weiter, weiter, weiter. Ich gebe noch ein bisschen Milch. So. Du hast Scheiße weggebracht. Okay. Ja. Bringt wieder Eier. 16. 19 geworden. Bewässern. Durchführen. Ähm. Kann ich hier irgendwo Arbeit abbrechen? Machen. Ich werde das verkaufen. Komm, komm, komm. Das steigt. Verkaufen wir. Hühnereier. Verkaufen wir. Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Okay. Ofen. Hier muss unbedingt Wasser drauf. Scheiße. Leute. Hört auf. Verschwören. Oh shit. Shit, shit, shit. Gut. Dann mache ich erstmal hier eine kleine Pause. Boah. Mist. Also, tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal bei Farmers. Nicht Quatsch. Manager 2018. Gott. Wieso kann ich mir das nicht merken? Naja, egal. Tschüss, tschau, bis zum nächsten Mal.